Yay! Der Stuhl ist verrückt geworden! Der ist verrückt! Der ist verrückter Stuhl! Wir fahren beide dasselbe... Das gleiche Auto! Wir fahren beide das gleiche Auto! Es wäre eigentlich lustig, wenn wir dasselbe fahren würden. Dann müssten wir uns das teilen! Oder du machst so, als ob du so eine Treppe hochgehst! Wie? So? Ja! Ganz nicht witzig! Wir sind beide immer super neugierig Und in der Wand gibt es auch immer neue dicke... 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 Neue dicke Sachen auszuprobieren! Wenn ihr wisst, was ich meine! Hier findet ihr das letzte Video im Schrank! Wohin denn hier? Wir zeigen euch, wie man einen Überweisungsträger richtig ausfüllt! Wir haben ja nicht gemerkt, Andere haben damit noch Probleme! Wir nicht! Ja, das freut mich! Das hat sich ja richtig gelohnt für mich, dann hier zu kommen! Und eine Kaffeletasse kann man natürlich immer gebrauchen! Was ist jetzt? Es hat sich nicht gelohnt für mich dann von hier zu kommen! Es hat sich nicht gelohnt für mich dann hier zu kommen! Oh nein! Andere sagst du, ich breche deine Schuhe lang, ne? Bäääää! Personistierte blaue super geile Adidas-Niggas-Schuhe! Und alle sagen, es ist voll unbequem, aber ich kann so Stunden lang chillen. Ich hab ein bisschen gruselig gequitzt, Alter. Und schon fertig. Hallo ihr beiden, es freut mich, dass ich heute hier sein kann. Ja, weshalb bin ich heute? Jetzt müsst ihr mich was fragen. Wenn wir euch jetzt gefixt haben... Ja, Amelie, vielen Dank, dass du da warst. Wir haben natürlich auch noch ein kleines Geschenk für dich. Insgesamt haben wir vier Mitglieder. Und wenn ihr euch jetzt fragt, was überhaupt der Bär hier macht, das ist unser gewinnschbar Bär. Schauen wir die doch auch mal streicheln. Wir sind immer gut gelaufen. So, my friends. So, my friends. Und dein Mikro ist an. Und es ist dicht an. Bei der Stecker raus. Das ist das Konto. Was ist euer Problem jetzt? Was ist? Was ist? Was ist? Was ist? Ist was Schlimmes passiert? Was ist? Was ist? Was ist? Was ist das? Ja, das habe ich gebraucht. Oh nein. Ich glaube es nicht. Mega mild. Ja! Es ist ja auch auf Play, ne? Ja! 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 Ja!